Hallo Leute, hier bin ich wieder. Ich habe heute drei Lichtschwerter. Das von Darth Maul, das von Luke Skywalker und mein selbstgemachtes, aus dem selbstdesigntes, aus dem Kopfdesigntes Lichtschwert, Holzlichtschwert. Ähm, okay. Wir fangen erst mal an mit den Sachen, oder eher gesagt mit diesen, ja, einfach nur mit den Sachen, womit man die Lichtschwerter festmacht. Hier kann man es leider nicht festmachen, das habe ich noch nicht gebaut. Und hier, bei Luke's Lichtschwert, dort haben wir, ähm, sehr schön dieses Dreieck. Eigentlich ist es ja rund, aber hier ist es ein Dreieck. Das kann man an einem Gürtel festmachen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen unhandlich finde. Das hier von Darth Maul. So, das hat, ähm, dieses Teil, was ich meinte, hier, dieses hier. Das kann man so an den Gürtel, hier in dieser Ritze, hier, das kann man so an, so einem speziellen Festhalter am Gürtel festmachen und dann, ähm, hält das besser. Bess, ähm, ja, und das hier sind jetzt drei Lichtschwerter. So, das hier ist ein bisschen kaputt, dieses hier von Luke, weil ich ein bisschen doll mit ihm gekämpft habe, oder einfach nur eine SP-Funktion. Ähm, ich mache es mal an. So, jetzt ist es wieder weiß, das ist leider sehr enttäuschend. Ähm, jetzt ist das von Darth Maul. Guck mal, hier muss man das, hier so, on, and off. Okay, und das, hier muss man es drehen. So, das hier, also ich mache jetzt, ähm, Geräusche, das sind die Schwingbewegungen. Und, ähm, wenn man das jetzt so haut, dann ist es so, als ob ein Lichtschwert gegen ein Lichtschwert hauen würde. Okay, ähm, hier unten, warte, hier. Hier sieht man den Kristall. Warte, 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 es muss jetzt eigentlich scharf werden, genau. So, hier sieht man den Kristall, den die Siths immer benutzen, damit die Farbe rot wird. Und hier bei Luke, hier, sieht man kein Kristall. Das ist relativ schade, finde ich. Okay, ähm, ich mache das jetzt aus. Aber ich habe das von Luke gekauft, weil es grün ist. Grün ist auch meine Lieblingsfarbe. Und, das hier macht keine Geräusche. Es ist einfach nur aus Alufolie und das macht diese Geräusche nicht sehr spannend. Mehr so Alufoliengeräusche. Und, ähm, das war es erstmal mit den Schwertern. Wenn ich gefailt habe oder wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder zu undeutlich war oder so, schreibt es in die Kommentarbox, damit ich besser weiß, was ich nachher machen kann oder verbessern kann. Ich versuche, meine Videos zu verbessern. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, may the force be with you. Ich versuche, meine Videos zu verbessern.